Hi Kurt, es war schon immer mein Traum, es mit zwei Typen gleichzeitig zu machen. Sicher kannst du das in der Schülerzeitung schreiben. Das ist Veronica, ein Mädchen, das das gewisse Etwas besitzt. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich zur Spizophete. Sag mal, wenn du aufs College gehst, hast du da auch einen Kochkurs belegen? Ihre Freundinnen sind die begehrtesten Mädchen auf der Highschool. Ich werde in Westerberg angebetet und die Jungs sind ganz verrückt nach mir. Die coolsten Typen wollen mit ihr ins Bett. Eigentlich müsste sie glücklich sein. Aber ihr fehlt der richtige Typ, der sie versteht. Und eines Tages begegnet sie. Langweilst du dich hier auch so wie ich? Was glaubt eigentlich dieser Lackaffe, wer er ist? Tom Cruise? Sein Name ist Jason Dean, ich finde, der ist ein heißer Typ. Du frisst diesen Dreck auf! Hey Ram, ist der Zutritt für Stinktiere in der Cafeteria nicht verboten? Was du nicht sagst, aber euch hirnamputierte Stinker lassen sie hier rein, nicht wahr? Was hast du gesagt, du Rattenkopf? Ich wiederhole mich nur ungern. Sie nannten ihn J.D. Er war ein Rebell. Chaos finde ich toll. Das Chaos hat die Dinosaurier getötet, mein Schatz. Aber auch ein Romantiker. Ich finde das alles ganz irre, du nicht wahr? Ein Verrückter, der Veronika mit sich riss. Ich mit dir zusammen bin, macht mir das Leben wieder Spaß. Deine Spielchen sind zwar makaber, aber sehr amüsant. Und in einen Albtraum stürzte. Der Albtraum beginnt amüsant. Aber er endet Töte. Ich liebe meinen schwulen, toten Sohn. Aus einer jungen Liebesbeziehung wird ein bestialisches Infant. Aber dieses Messer ist nicht desinfiziert. Was denkst du, was ich vorhabe, ihr die Mandeln rauszunehmen? Ich mag meine Freundin nicht. Dann beseitigen wir deine Freunde doch einfach. Jetzt reicht's mir. Ich mach Schluss. Die Sache, die ich vorhabe, wird eine ganze Generation beeinflussen. Ich meine, es wird das Woodstock der 80er Jahre. Es ist aus, J.D. Nag, 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 nag. Was als zärtliche Romanze begann. Ich mag dich. Endet in einem Kampf auf Leben und Tod. Diesmal benutzen wir keine Platzpatronen. Dies ist zwar nicht sehr feinfühlig, aber eine Schule in die Luft zu jagen, ist es auch nicht, oder? Weißt du, was ich will, Babe? Lethal Attraction. Wahnsinnig, wie ich aus meinem Leben entferne. Nur der Tod kann sich scheiden. Lethal Attraction.